Ich versteh's nicht, Leute, man. Oh, man. Es stürzt immer ab. Kacke. Weil Instagram nennt sich beschwert. Wegen der Musik. Naja, egal. Warte, Leute, ich mach. Ich bin grad noch dabei. Warum ich immer rausgeworfen wäre. Ähm, deswegen der Musik. Aber ohne Musik find ich kacke. Hamburg? Okay. Schreibt mal, wo ihr alle wohnt. Hamburg, Hamburg. Hamburg. Hamburg, Köln. Okay. Okay. Naila. Ohne Nail, Freiburg, Berlin. Oh. Bergen, Bergen, Stöcklad, Bergen. Hamburg. Oh, Hamburg. So. Und zack. Zack. Oh. Oh. Wo wohnt ihr? Okay. Soll ich eigentlich irgendwann mal nen Fan-Trip machen, oder? und da? Und dann. Okay. Und dann. Ja, mach mal. 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 So, jetzt! Welche Note hast du in Englisch? Okay, welche Note ich in Englisch habe? Eine Fünf. Was? Ich habe eine Drei. Nein, Leute. Ich habe keine Fünf. Ich habe eine Drei. Ja, mein Zeugnis ist sechs. Sechs ist schon... Boah. Geil. Sechs. Krass. Ich habe auch eine Drei. Ja, Drei ist okay. Ich habe eine Drei. Ich habe eine Drei. Was heißt noch? Hausaufgaben machen, okay? Viel Spaß. Was beim Friseur? Nein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. kann man Leute, ich stelle wirklich gleich alle meine Story. Da oben seht ihr es. Alle, die mich in ihre Story stellen, bekommen einen Follower und denen schreibe ich eine Nachricht. Jetzt hat die Story rausgenommen, egal. Ich kriege deine Nummer. Ich kann heute meine Nummer leider nicht rausgeben. Sorry. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Musik 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 hey macarena Soll das für mich denn? Okay. Ok Leute, ich muss jetzt gehen. 22.25 Uhr. Wart ein stillender Hype House. Ok Leute. Good night guys. Ciao Leute.